Hör auf! Hör auf! Ich habe hier fette Geschenke bekommen von den Jungs! Hier, der Brotter schläft hier bei uns im Studio. Wie geht's? Was geht denn ab? Alles klar? Pass auf, dass ihr hier nichts auf dem Kopf hättet, ne? Schmeckt gleich süß! Jetzt soll jemand sagen, Kapi hat kein Herz! Ich küsse, also Orange, aber... Tschüss, du hast Orange gekauft! Du hast einfach Orange zu uns im Studio und nur Safari getrunken. Es tut mir leid, ich entschuldige mich in allen Namen von uns allen. So was wird nie wieder vorkommen. Also gibt's noch Safari? Tschüss, du hast richtig Vorbereitungen, äh, Vorkehrungen getroffen, wa? Das ist aber andere. Digga, ey, wir haben Safari, Bruder! Ehrlich? Aufstehen, Brat, was geht ab, Safari! Besser, ne? Ja. Direkt besser, man hat ganz andere Gefühle, ganz andere... Sag doch mal einmal. Ja, man, so, man, ganz andere Feeling. Der Löwe auf der Packung guckt einen an, alles. Kannst du aber richtig annehmen. Kannst du aber richtig annehmen. Kannst du aber richtig fett annehmen. Ich habe eine Frage. Und zwar, pass auf, ich will 80 Kilo zunehmen. 80 Kilo zunehmen? Also, ne, ne, pass auf, ich bin jetzt 70, 72, so. Und ich bin... So viel habe ich in der dritten Klasse gewogen. Wie bitte? So viel habe ich in der dritten Klasse gewogen. Ja, schön für dich. Aber ich meine jetzt, Bruderherz, ich muss zunehmen, Dicker. Und du hast doch bestimmt ein paar gute Tipps. Ja, okay. Sag mir locker. Wie? Es geht zwei Wochen. Ja, okay, du übertreibst, Bruderherz. Ich meine es ernst, Dicker. Guck mal, ich esse jeden Morgen Haferflocken, sowas. Was kann ich noch... Richtig zunehmen? Richtig zunehmen, Bruderherz. Ehrlich jetzt. Ich sag dir ehrlich, ich wiege jetzt so 72 Kilo. Ich will 80 Kilo, ich will 80 Kilo wiegen. Also, 8 Kilo. 8 Kilo, ja. Du kannst rechnen. Ja, 8 Kilo. Das ist aber gemacht, Mann. Ja, aber mit was? Mit Essen. Mann. Mach kein Auge auf mein Parahot. Ich rauche die Zigarah. Voll Kaffa, wem die Ballern. Ey, was kaat, der Br cosm ist am Start? Ich zeig dir, wie geklappt. Mein GTS ist matt. Ich hab einen Erengast, Leute, wer hat Bock, dass ich mit Fett komme, die einen Song machen, der soll Bescheid sagen? Wer hat Bock? Sagt alle Bescheid, wir machen einen Monster-Song, Alter. Hey, was geht ab? Der Bratan ist am Start. Ich zeig dir, wie es geklappt. Mein GTS ist matt, doch steigst du drinnen ein, ist mein GTS dein Platz. Ich weiß gar nicht, wie gemütlich sein Bauch ist, Wallah. Was? 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 Ich hab dich? Was? 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 So viel Millionen Follower. Dankeschön, Bruderherz. Bitteschön, mein Bruderherz. Kaufst du mir dafür eine fette Gucci-Jacke für 5000 Euro? Ich hoffe, ich kaufe dir was zu bringen. Habibi, Dankeschön.